Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute gucken wir uns kurz so die Neuerung an von Version 3.3. Nicht zu detailliert, aber ein bisschen im Detail zumindest. Und als allererstes gab es natürlich wieder mal Urgestein für die Serverpause und Urgestein für die Entschädigung zur Problembehebung. Ich weiß gar nicht warum sie das nicht einfach so macht, dass du einfach automatisch immer 600 bekommst oder keine Ahnung, weil es eigentlich immer gleich ist, war ich noch nie anders, aber ist egal. Genau. Und ja. Dann, dass es noch allgemein ist, bla 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 bla. Neues Minispiel, geniale Beschwörung wurde hinzugefügt. Zwei neue Figuren. Ach, das wird jetzt quasi... Ah, das ist cool, dass man sich nur die Sachen einblenden kann, die einen noch wirklich interessieren. Boah, dass sie das geändert haben, ist ja richtig nice. Ja, die Figuren. Zu den beiden kommen noch extra Videos, deswegen klappen wir die gar nicht aus. Das neue Minispiel, geniale Beschwörung, ist ein temporeiches Kartenspiel voller Spannung. Werde ein Kartenbeschwörer von genialer Beschwörung, sammle Karten, erstelle ein Deck und erfordere die verschiedensten Gegner am Spieltisch heraus. Bedingungen zum Freischalten, ganz wichtig. Lest euch immer die Bedingungen durch. Das beantwortet sehr viele Fragen unter Videos. Abenteuer Stufe 32. Abschließend des Archontenauftrags das Lied von dem Drachen und der Freiheit. Also das ist quasi eigentlich ganz am Anfang. Systemregeln. Suche den Kartenbeschwörer in der offenen Welt oder die wöchentlichen Gäste in der Taverne auf, um mit ihnen eine Runde genialer Beschwörung zu spielen und Kartenbeschwörer-EP sowie Glücksmünzen zu erhalten. Die Kartenbeschwörer-EP kann verwendet werden, um die Kartenbeschwörerstufe zu erhöhen, wodurch weitere Funktionen und Gegner freigeschaltet werden. Die Glücksmünzen können verwendet werden, um Karten von genialer Beschwörung sowie Duelleinladungen und Fanartikel von genialer Beschwörung zu kaufen. Du kannst Kartenbeschwörern aus der Liste Duelleinladungen senden und sie so zu Duellen einladen. Wenn du bei diesen Duellen gewinnst, erhältst du die entsprechenden Figurenkarten und Talentkarten. Durch die Duelleinladungstafel kannst du im Mehrspielermodus Freunde zu einer Runde geniale Beschwörung einladen. Sobald du eine bestimmte Kartenbeschwörerstufe erreicht hast, kannst du dich auch durch den Zusammenstellungsmodus mit Kartenbeschwörern aus aller Welt duellieren. Nachdem geniale Beschwörung erschienen ist, werden wir die Balance der Karten entsprechend dem tatsächlichen Spielverlauf und dem Feedback der Reisenden anpassen und optimieren, um das Spielerlebnis von genialer Beschwörung stetig zu verbessern. Anpassungen der Balance von genialer Beschwörung in Versionsaktualisierung 3.3. Der verursachte Schaden der Spezialfähigkeit der Figurenkarte Magu U Kenki wurde angepasst. Von verursacht 6 Punkte Animoschaden zu 4 Punkte geändert. Dann wurde eine neue Sphäre hinzugefügt, die Sphäre des Segens statt des Goldes. Diese Festung, einst befestigt mit 7 mächtigen Schutzwellen, ging im chaotischen Zeitalter nach dem Sturzkönig der Schretzen in nur einer Nacht unter. Inzwischen sind sowohl die goldäugigen Helden als auch die hoch aufragenden rot-goldenen Wachtürme zu den Überresten eines heiligen Tempels auf den zerbrochenen Felsen geworden. Ein Mausoleum, das ein längst vergangenes goldenes Zeitalter besiegelt. Mindestens Abenteuer Stufe 22 oder abschließend des Archontenauftrags Prolog 3. Akt, das Lied von dem Drachen und der Freiheit. Bei der Herausforderung dieser Sphäre kannst du Chronik des Wüstenpavillons, Blume des verlorenen Paradieses und andere Artefakte erhalten. Ja, dann haben wir noch neue Waffen. Katalysator Tulei Tulas Erinnerung, das ist quasi die Waffe vom Wanderer. Erhöht die Geschwindigkeit des Standardangriffs um 10%, innerhalb von 14 Sekunden nach Anwenden der Elementarfähigkeit erhöht den von Standardangriffen verursachten Schaden um 4,8% pro Sekunde. Nach dem Treffen von Gegnern mit Standardangriffen wird der von Standardangriffen verursachte Schaden um 9,6% erhöht, 0,3 Sekunden Abklingzeit. Innerhalb der Wirkungsdauer kann der von Standardangriffen verursachte Schaden höchstens um 48% erhöht werden. Mit dem Auswechseln der Figur wird dieser Effekt entfernt. Erneutes Anwenden der Elementarfähigkeit entfernt den bestehenden Effekt. Während des Zeitraums des Aktionsgebets Göttliches Werk steigt die Wahrscheinlichkeit, bla bla bla, das wissen wir ja alles. Dann gibt es noch den Einhänder Toukabou Shigure. Nach dem Treffen von Gegnern mit einem Angriff wird einer der Gegner vom Effekt Verwünschung des Papierschirms betroffen. Hält 10 Sekunden, 15 Sekunden Abklingzeit. Wird der von diesem Effekt betroffene Gegner während der Dauer des Effekts besiegt, wird die Abklingzeit sofort abgeschlossen, erhöht den von der damit ausgerüsteten Figur verursachten Schaden an Gegnern, die von Verwünschung des Papierschirms betroffen sind um 16%. Die Einhänder Toukabou Shigure sowie Materialien zur Verfeinerung dieser Verwünschung bei der Aktion Akizu Kimodameshi zu erhalten. Dann haben wir noch neue Artefakte. Chronik des Wüstenpavions erhöht den Animo-Schaden und die Geschwindigkeit von Standardangriffen, nachdem man heftige Schläge ausgeführt hat. Also nicht so besonders, gibt es schon so ähnliches. Und dann Blumen des verlorenen Paradieses erhöht die Elementarkunde. Die Reaktionen sprießen Superspross, Flammenspross verursachen mehr Schaden. Und es gibt noch einen zwirzlichen Boni mit 25%. Reaktionsbonus, vierfach stapelbar, eine Sekunde Abklingzeit. Dann neuer Eichhontenauftrag zwischen Kapitel 3. Akt, umgekehrte Schöpfung. Bedingungen zum Freischalten, wieder ganz wichtig. Abenteuerstufe 40, Kapitel 3, 5. Akt, Akasha pulsiert die Kalperflamme, lodert und abschließend des Agentenauftrags Acer oder Acer, Palmatum, Akt 1, ein Fremder Weg ohne Freunde. Und genau, das war es eigentlich auch schon. Und dann sind wir schon bei den zusätzlichen weiteren Inhalten. Spezialzubereitung des Wanderers, Farosans Spezialzubereitung, das müssten quasi ganz normal Rezepte sein. Dann haben wir neue Errungenschaften wie geniale Beschwörungen sowie einige neue Errungenschaften bei Wunder der Welt. Ja, die kennt man natürlich nicht, die sind versteckt. Neue Namenskärtchen für die neuen Charaktere und für die neuen Spielmodi. Neue Ladeseiten mit Hinweistexten, tägliche Mission im Gebiet von Liyue. Oh, ein Vögelchen und das Schwert folgende Inhalte, die Reihe Aufbruch des Schwertes. Auf die Reihe versteckte Klinge, wo bist du? Folgende Inhalte. Ah, also quasi tägliche Aufträge, die schon seit Beginn des Spiels eigentlich drin sind und dazu jetzt quasi Fortsetzungen. Für die gibt es dann wahrscheinlich auch Errungenschaften, würde ich jetzt mal vermuten. Naja, wir werden sehen. Genau, neue Suchfunktionen für Dekorationen. Es können Schlüsselwörter verwendet werden, um auf der Nutzeroberfläche zum Herstellen von Dekorationen in der Nutzerfläche, der keiner der Vergänglichkeit nach Dekoration zu suchen. Das ist so unglaublich wichtig, weil das war so nervig. Du musstest wirklich aus einer Liste von 5000 Dekorationen die Dekorationen suchen und finden, die du haben wolltest. Also komplett krank, um irgendwelche Sets zum Beispiel herzustellen. Und ja. Ansonsten für mich sind das jetzt hauptsächlich noch die kleineren Änderungen. Genau. Also ja, das sind so die neuen Inhalte von Version 3.3. Also jetzt nicht gigantisch riesig, die Aktion an für sich, aber man muss ja bedenken, im Endeffekt, also wer solche Modi kennt, zum Beispiel von Hearthstone, also Kartenspieler an für sich natürlich an sowieso. Aber ja, im Endeffekt diese Minigames, das haben viele Spiele und das erfordert richtig viel Aufwand. Also vor allem, wenn sie das jetzt wirklich, wenn sie das jetzt wirklich hauptsächlich auch neben dem Spiel mit betreiben wollen, bedeutet das quasi, dass sie ja einfach zusätzlich ein Spiel im Spiel erstellt haben. Und das wird halt, ja, das wird ganz schön viel Aufwand sein, dass wirklich, wenn sie das richtig machen wollen, nebenbei einfach noch so laufen zu lassen, zum eigentlichen Spielbetrieb von Genshin Impact, weil das Spiel ist ja quasi eigentlich komplett abgetrennt vom sonstigen Spielfluss. Und ja, mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, danke euch fürs Zuschauen, würde mich sehr beim Like, Kommentaren, Abo vor euch freuen und ihr könnt mir gerne die Kommentare schreiben, was eure Highlights von diesem Update 3.3 sind. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.